Versuche nicht zu lachen mit Wasser im Mund. Werde ich heute meinen Tisch komplett nass haben? Oder schaffe ich es bis zum Ende nicht zu lachen? Das werdet ihr erfahren. Bleibt bis zum Ende des Videos dran. Lasst Like da, wenn ihr mindestens einmal schmunzeln musstet. Und Leute, das musste jeder. Also liken nicht vergessen, let's go. Ihr seht, ich hab mir schon so Tücher hingelegt, sodass wenn ich lache, nicht alles nass wird. Hier ist übrigens mein Wasser. Und Leute, ich bin so gespannt. Mögen die Spiele beginnen. So, Leute, es wird jetzt sehr, sehr verrückt. Also, ich packe jetzt schon mal Wasser in meinen Mund herein. Hm. Hm. Hm, hm. Hot Minecraft Memes. Let's roll in the video. Okay. Hm. 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 Hm? Wie kommt man auf so eine Idee? Einfach so ein Opa, das macht gar keinen Sinn. Okay, Leute, also weiter geht's. Ich packe mir jetzt wieder Wasser in den Mund. Muss sagen, ich halte mich aber, glaube ich, ganz gut. Also einmal ein bisschen Wasser ausspucken. Hier ist noch nicht so viel drin in diesem Gefäß hier. So, weiter geht's. Oh, hey, Creeper. Oh. 64 bits. 32 bits. 16 bits. 8 bits. 4 bits. 2 bits. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 7. Das war's für heute. Oh Boah, ich hab meine Tastatur so nass gemacht. Nein. Oh, Leute, ich mach mal kurz ein Video hier. So, hier sieht man es nochmal. Ei, 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 ei. Hier ist alles nass, komplett daneben. Boah, Leute, das war auf jeden Fall nicht so schlau. Aber es war schon gut, es war schon gut. Okay, ich nehm natürlich wieder einen Schluck. So. Okay, got any more waters? Yeah, real fun. Damn, I messed up, we gotta go balls. Oh, I see. Star Command. 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 ... 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 Das war's für heute. Wie random kam das jetzt, bitteschön? Das war schon sehr random, Leute, warum der einfach den Laptop zerhauen hat. Oh mein Gott. Ich muss sagen, es ist auch sehr viel Komisches dabei. Aber egal, Freunde, wir machen weiter. So, let's go. Was zur Hölle war das denn? Schaut euch das mal an. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Ratte, aber auch ein Schwein. Also ganz, ganz, ganz komisch. Diese Putin-Memes, ich weiß nicht warum. Ich bin, glaube ich, irgendwie hängen geblieben mit diesem White Putin, aber irgendwie, ich finde das voll lustig. Ich habe hier alles nass, ey. Okay, let's go. Das kam sehr, sehr random, muss man wirklich sagen. Das kam sehr, sehr random. Oh, und willkommen zu Driving with Drew. Hey, guys. Hey, where are you going? I don't know, I'm going to take a look. Drew, it says do not enter. It says do not enter. Oh my God. Hmm. 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 Oh, der arme Hund, ey. Oh, der war voll traurig. Habt ihr das gesehen? Gut, Leute, ich hab jetzt hier echt viel Wasser in diesem Behälter drin. Muss sagen, es war viel Trash dabei. War jetzt eine 40-Minuten-Aufnahme. Ihr seht das zusammengeschnitten. Wenn ihr sowas öfter sehen möchtet, lasst ein Like, da mein Tisch ist so ein bisschen nass und irgendwie geht meine... meine... die eine Falltaste geht nicht mehr, keine Ahnung. Also, Leute, Like und Abo nicht vergessen. Bis dann. Ciao. Leute, ich lad grad das Video hoch und ich baue hier meine Tastatur auseinander, weil ich hab die einfach kaputt gemacht. Schaut euch das mal an. Ich tippe jetzt hier irgendwas ein. Funktioniert nicht mehr richtig. Egal, was ich hier schreibe, es hat kein Einfluss, es wird immer was anderes eingeben. Leerzeichen oder so geht auch nicht mehr. Leute, schaut euch das an. Oh, ich hab einfach meine Tastatur kaputt gemacht mit dieser Challenge. Oh mein Gott. Warte, lass ein Like da dafür. Ich krieg die Krise.